Was geht ab Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video Leute. Ich bin gehypt, die Season 5 ist draußen und wir werden uns heute mal den ganzen Battle Pass anschauen. Wir werden uns nicht alles kaufen, weil das macht sowieso jeder und ich möchte eigentlich den Battle Pass erspielen. Trotzdem können wir uns alles in Ruhe anschauen Leute und ich werde mir erstmal jetzt hier diesen Battle Pass kaufen. Ich kaufe mir den ganz normalen für 950, ich will das halt alles selbst zocken, weil sonst, keine Ahnung, es macht mir halt Spaß alles selbst zu zocken und dementsprechend kaufe ich mir halt den Battle Pass nicht. So, Battle Pass aufgerüstet, da sind wir schon. Einfach mal ganz kurz rausgehen und hier haben wir schon die ersten 6 Level. Wir haben hier die Jägerin und wir haben Drift. Okay, also die ersten Skins sind schon mal nicht wie vermutet. The Explorer, also der Forscher, beziehungsweise ja, gut, so kann man das gar nicht nennen. Also die sehen jetzt nicht aus wie so Explorer, naja, ist ja auch egal. Dann haben wir hier ein bisschen EXP, 5 kostenlose Stufen, weil ich halt schon in der letzten Season gezockt habe. Nochmal 100 V-Bucks hier dazu. Los, Bruder, muss los. Sushi haben wir als Graffiti. Einen Cruiser, oh, der sieht aber cool aus, nicht schlecht. Debt des Gentlemans, kann man auch mal machen. Hier haben wir dann noch Drift als, äh, Ladebildschirm. Gut, gehen wir weiter. Äh, Banner-Symbol, Freund-EP-Boost, 200 V-Bucks, Basketball. Lol, hier bekommt man den Dings, diesen Basketball. Lol, damit kann man dann ja, ähm, hier, Basketball zocken jetzt in Fortnite. Werde ich auch noch ein Video zu machen, Leute. Hier auch noch ein Banner-Symbol. Ähm, ein Rucksack, der sieht auch ganz cool aus. Kann man auf jeden Fall mal machen. Ballon-Hacke, auch eine coole Idee, finde ich. Also kann man mal machen, würde ich sagen. So, Pool-Party, oh, nicht schlecht, nicht schlecht. Hier haben wir dann nochmal 100 V-Bucks. Neuer Ladebildschirm, Laternen haben wir hier als, ähm, Fall. Nicht schlecht, sieht cool aus mit den Laternen. Banner-Symbol haben wir hier. Entschleuniger haben wir als Gleiter. Erdbeerpfote und ein Skin namens Rotstreifen. Sieht ganz cool aus, äh, so Biker-mäßig auf jeden Fall. Hier nochmal, äh, Greiz, also so ein Kaktus als Mode. Golfball, da haben wir den Golfball. Damit kann man auch zocken, man kann auch Golf zocken. 100 V-Bucks, äh, Jägerin als Ladebildschirm. Boxenstopper, lol, auch geile Idee. Hammergeile Idee auf jeden Fall, Boxenstopper. Ja, äh, hier, du bist der Hammer. Ihr wisst Bescheid, Leute, sieht cool aus. Cooler Tanz, gefällt mir. Äh, Runen, äh, Runen. Lass dich mit Stil fallen. Nicht schlecht. Eroberer. Ah, hier haben wir den Eroberer als, ähm, als Gleiter. Äh, hier haben wir Strandball. Das ist auch geil. Also so Volleyball-mäßig kann man zocken. Hier, kühl kalkuliert. Der Kollege denkt erstmal nach, ne? Nicht schlecht. Sonnige Retterin, den finde ich richtig geil, den Skin, Leute. Da freue ich mich richtig drauf, wenn ich Level 47 bin. Bin ich gespannt drauf. Wir haben hier noch 100 V-Bucks. Ähm, hier Glitch im System. Auch geil. Also den Fall finde ich echt geil. Nachhut, wow, den finde ich auch cool. Den Rucksack, mega nice. Wir haben hier noch 100 V-Bucks. Einen schicken Golfball haben wir hier noch. Einen zweiten Golfball. Hier haben wir noch einen Tanz. Oh yeah. Geil. Sieht cool aus, gefällt mir. Sehr gut. 100 V-Bucks haben wir dann hier noch. Eiskristalle, nicht schlecht. Rambock. Boah, den finde ich cool, den Skin. So Military-mäßig. Nicht schlecht, Leute, nicht schlecht. Äh, schicker Strandball. Auch noch ein anderer Strandball. Rettung von oben. Und, ähm, hier auch nochmal Loi mit dem Toilettenpapier. Finde ich nice. TP heißt er einfach. Nicht schlecht. Rock von der Schreibtischtäterin zur Agentin. Sieht auch nett aus. Gefällt mir. Ähm, hier ein anderer Basketball. Mit dem Battle Pass drauf. Sieht cool aus. Breakdown. Bam, 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 bam. Sieht auch gut aus. Gefällt mir. Und hier haben wir noch den Level 100er Skin. Und das ist Ragnarok. Wenn man es so ausspricht. Ragnarok. Ich glaube Ragnarok, ne? Naja. So sieht es aus. Der Level 100er Skin. Ich muss sagen, im Ganzen finde ich den Battle Pass ganz nice. Es sind ein paar interessante Sachen dabei. Äh, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet zum Battle Pass. Wie gesagt, ich will den Battle Pass selbst durchzocken. Ich denke mal, das ist aber auch egal. Ich meine, die Sachen haben wir ja hier gesehen, die alle vorhanden sind. Sind auf jeden Fall coole Sachen vorhanden, meiner Meinung nach. Besonders gut gefällt mir, wie gesagt, dieser Skin hier. Mega geil. Und, ähm, ja, Leute. Ich würde sagen, das wäre es gewesen mit dem Video. Schreibt mal in die Kommentare, wie euch der Battle Pass gefällt. Mir gefällt er gut. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut da rein. Und ciao.